Und damit willkommen zurück zu Let's Play Days Gone und haben sie uns bemerkt? Ich glaube noch nicht, oder? Ja, ja, okay. Rede du Mann, haben wir... Pistole haben wir gerade nicht zur Verfügung. Okay, aber Molotows haben wir, weil dann brennen wir hier mal deren Nest ab. Würde ich einfach mal vorschlagen. Jawoll. Sagen wir dich. Das gibt's doch nicht. Warum halten die so viel aus? Fack, fack, fack. Ich lauf dann mal. Okay, also wenn... Wenn man keinen Kopfschuss setzt, dann... Na komm. Wenn man keinen Kopfschuss setzt, dann ist es halt echt schwierig, die Tour zu kriegen, weil... Wir fressen die Munition dann wie sonst was. Wie gesagt, wir spielen auch auf schwer, deswegen ist es jetzt nicht unbedingt verwunderlich. Okay. 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 Das Nest haben wir abgebrannt. So, dann gucken wir jetzt gerade mal... Was haben wir denn dann noch? Jagd auf Leon... Verbrenne Alvarez Leiche. Und da ist noch ein Nest, das wir dann auch zerstören müssen. Okay, das machen wir dann gleich. Und ja, da kommen wir natürlich nicht ran. Aber wir können ja hier eben gucken, ob wir hier... Was haben wir denn da? Nestrückstände. Uh, eine Kiste. Jawoll. Sehr gut. Munition können wir immer gebrauchen. Ah, genau. Laden wir dichtbleiben nach. Und die Pistole auch, eh. Na, gut. Dann... Auf geht's. Ähm... Genau. Machieren wir dich eben, weil dann machen wir das eben fertig mit dir. Huch. Wie kommen wir denn da jetzt runter? No. Nein. Nein. Ähm... Das Nest ist aber schon geräumt, oder? Nein, jetzt bin ich da... Oh mein Gott. Oh, warte mal, jetzt müssen wir mal schauen, haben wir... Das muss ja eigentlich geplündert sein. Aber ne. Na gut, nehmen wir es nochmal mit. Umso besser für uns. Genau, jetzt müssen wir das hier nochmal eben neu markieren. So. Okay. Okay. Ach du Scheiße, jetzt bin ich draufgegangen, weil ich da gegen... gegen den Zaun gefahren bin. Oh mein Gott. So. Genau, hier wollen wir hin. Okay, vielleicht sollten wir uns nochmal eben heilen, wenn wir schon dabei sind. Ja, nehmen wir dich gleich. So, aber wie verbrennen wir dich denn jetzt? Starry-Anzeigen, ja. Soll ich da einfach einen Molotov drauf werfen, oder was? Probieren wir es einfach mal. Überlass dich nicht den Freaks. So. So. Sie kriegen dich nicht. Jawoll. Okay. Kopfgelder, was haben wir dann da noch? Kontrollpunkt auswählen. Ah, komm mal Stromversorgung wiederherstellen, okay. Nester zerstören. Drifter auswendig machen. Jagd auf Lian, na komm. Ich würde sagen, wir schließen jetzt mal Jagd auf Lian ab, oder? Dann haben wir das nämlich hinter uns. Auch wenn wir dann halt jetzt mal eine Weile fahren müssen. Nee, Adik. Ich hab's geregelt. Danke, Bruder. Sie hätte dasselbe getan. Das hättest wegen Ende. Adiken ist auch gerne mal relativ leise, stelle ich gerade mal so fest. Oh, warte mal. Genau, da hinten ist ja auch noch ein Nest, hä? Kommen das Nest, das nehmen wir auch noch mal eben mit? Freaker-Infizierung. Ja, ne? Können wir eigentlich... Wir können gerade keine neuen mehr herstellen. Oh, hast du gerade mein Bike umgebrochen? Ach komm. Ach komm. Ach komm. Uhhh. So, haben wir das. Fack, fack, fack. Okay. Ja. Genau. Runterm Durch. Und du noch, hä? So. Na super, haben wir auch keine Munition mehr. Ganz toll. So, aber das Nest haben wir erledigt. Haben wir hier noch irgendwo eins? Da oben, hä? Aber gut, wir haben jetzt sowieso keinen Molotow mehr. Dementsprechend ist es eigentlich auch egal. Und wir werden da garantiert nochmal hinkommen. So ist es nun nicht, ne? Also wir werden da schon alles abarbeiten. So, aber wir haben ja noch mehr zu tun. Genau, jetzt schauen wir erstmal, dass wir da hinten zu diesem Camp kommen. Was ist denn das denn überhaupt? Hot Springs Camp, genau. Ja. So. Eben war hier auch noch so ein Fragezeichen auf der Web. Aber ich glaube, das hat sich jetzt vermutlich mittlerweile erledigt. Aber wir müssen auch gleich mal gucken, dass wir hier irgendwo Benzin auftreiben können. Weil unser Tank neigt sich langsam dem Ende. Schauen wir mal, schaffen wir es noch. Ja, bis zum Stützpunkt müssen wir es eigentlich noch schaffen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und... Genau, da müsste dann eigentlich irgendwo ein Benzinkanister sein. Und mit denen können wir es dann wieder auftanken. So, guck mal. Wer wird einfahren? Sparen wir ein bisschen Benzin. So, guck mal. Da sind wir auch schon. Hier ist der Kontrollpunkt. Ein Massengrab. Warum wurde der Scheiß hier nochmal vergraben? Ach ja. Weil sie Arschlöcher sind. Aber wer ist jetzt sie? Nero oder... Die ganzen Toten hier? Hm. So. Ich stelle die Stromversorgung wieder her. Ja, das machen wir gleich. Aber erst mal... Schauen wir uns hier... Nach... Nach... Nach dem Benzinkanister um. Aber warte mal. Ich glaube Stromversorgung... Hm. Gehört. Gedacht. Ihr verliert den Verstand. Ach voila. Da kommt man rauf da. Ja, da kommen wir nicht rauf. Da kommen wir durch, oder? Nee. Genau, man hört sie nämlich auch schon wieder. Ich habe nämlich die Befürchtung... Können wir die Stromversorgung hier wieder herstellen? Dann gehen die ganzen... Die Alarme wieder los. Und das ruft natürlich die Freaker hierher. Da ist jetzt halt die Frage, ob wir das jetzt wirklich machen sollten. Ja. So, genau. Durchtanken wir erstmal wieder auf. 18% hatten wir noch. So. Bike ist schon mal wieder ausgetankt. Jetzt müssen wir nur noch die Stromversorgung hier wieder herstellen. Oh fuck. Fuck. Holla. Nein, komm. Ich meine, das werde ich halt weg. Das sind... Oh fuck. Da sind da nämlich ein paar mehr, die da kommen. Ja. Ja. Das ist eine ganze Horde, die da kommt rein. In der Horde legen wir uns jetzt noch nicht an. Soweit sind wir noch nicht. Und wir sind dafür auch einfach überhaupt nicht ausgerüstet. Und da oben ist ein Scharfschütze. Ja. Dummer Wichser. Aber der hat auch ein Aiming, ne? Das ist unfassbar. Ach. Mist. Mist. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich ihn irgendwie vielleicht nochmal im Nahkampf weghauen kann. Aber nein. Wo sind wir jetzt wieder? Och nö. Jetzt sind wir wieder hier. Hm. Oh ne. Jetzt haben wir... Er hat noch nicht mal das Nest gespeichert, dass wir da... Ach. Weißt du was? Wir kommen einfach ein andermal wieder. Wir kommen einfach ein andermal wieder. Weil wir werden hier hinten nicht genug zu tun haben im Spielverlauf. Deswegen... Ist das alles kein Thema. Aber ich habe keine Lust, dass wir jetzt schon wieder sind. Weil ja, rein theoretisch könnte man auch einfach nur mit einem schnellen Molotov reinwerfen und dann wieder abkauen. Aber ne, wir wollen ja auch irgendwann mal im Camp da hinten ankommen. Das wäre ja schon mal was. Naja, jetzt schießt da wieder jemand auf mich. Na komm. Wir fahren jetzt aber einfach. Wir fahren jetzt erstmal. Wir tanken das Bike dann gleich am Stützpunkt wieder auf. Uh. Moment. Das habe ich ja eben komplett übersehen. Hier muss ja endlich nochmal Munition drin sein. Jawoll. Sehr gut. Du bist voll. Du bist auch voll. Sehr gut. Oh ja, und da sieht man sie schon wieder. Aber eigentlich merkwürdig, dass sie... Dass sie jetzt am Tag draußen sind. Jetzt ist halt... Ja, sie kommen. Scheiße. Das heißt auftanken ist auch nicht. Und jetzt ist die Frage, ich glaube der Scharfschütze, der wird jetzt vermutlich nicht mehr da sein, oder? Weil die spawnen ja auch immer nur zufällig. Diese Hinterhalte. Okay, dann müssen wir jetzt gleich echt mal gucken, wo wir am Benzin rankommen. Ah. Jetzt müssen wir den erstmal wieder wegschieben. Aber der Tank wird dann jetzt gleich echt zum Problem. Okay. Okay. Aber hier sehe ich jetzt gerade auch keine rumliegen. Das tun wir es halt, wenn unser Schritt ausgeht. Das tun wir es halt, wenn unser Schritt ausgeht. Dann müssen wir halt schauen. Ja super. Ganz toll. Und ich sehe halt einfach nichts. Nein, das tut das. Ich bin derartecke. Ich bin derartecke. Ich bin derartecke. Ich bin derartecke. Als er und ich bin derartecke. Derartecke. Ich bin derartecke. So, na komm. Das heißt, wir können eigentlich auch mal unser Bike reparieren. So. Genau, reparieren wir es eben. Sondern können wir hier nämlich auch die Schrott... Wo ist denn das jetzt hin? Hä? Ach da, gucken wir mal. So. Und ich glaube, das... Ja gut, jetzt haben wir das Auto über die anderen Sparteiler geschoben. Aber das ist jetzt auch egal. Wir kriegen noch mehr als genug von denen. So, die Tankanzeige ist mittlerweile rot. Guck mal, hier haben wir nochmal so ein Checkpoint an sich. Müsste es hier irgendwo... Noch ein Mühle. Auch noch, vielleicht genau. Ja, hier müsste eigentlich irgendwo ein Tank sein. Die sind ja eigentlich immer... Ach, Kopp. Die werden überhaupt nichts an sich reißen. Du hast doch keine Ahnung, wovon du überhaupt redest. Außer vielleicht damit... Ja. Benzin. So, die schwarzen Helikopter. Mhm. Oh, ein Prozent hatten wir noch. Eieiei, war das knapp. So, genau. Machen wir dich mal schön voll. Das war's. So, und dann müsste ich hier... Genau, hier müssen wir die Stromversorgung auch wieder herstellen. Weil diese Stützpunkte sind dann relativ praktisch. Weil man sich da drin dann halt auch verstecken kann. Genau, hier haben wir einen Generator. So, guck mal. Jawohl, machen wir dich auch mal schön voll. Zack. Genau, aber... Jetzt müssen wir erstmal die Lautsprecher noch deaktivieren. Weil sonst schlagen die Alarm. Und da hab ich jetzt nicht so Bock drauf. So, seid ihr schon mal aus? Und dann du noch. Und... Gibt's hier irgendwo noch einen? Irgendwie auf einem hohen Turm oder so? Ne, das seh ich jetzt gerade nicht. Hoppala. Guck mal, dann machen wir dich mal. mal an, hä? Grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Grünes Licht ist immer gut. Jawohl. Schauen wir uns mal um. So, irgendwo hier... Kein Strom. Ach, scheiße. Hä, wieso kein Strom? Ich hab den noch eben erst angeschaltet. MME-Sicherungskästen. Wenn Nero MME eine Sicherung braucht, findest du Ersatz im Nero-Control-Punkt. Ach, verdammt. Die Sicherung ist durchgebrannt. Nope. Falsche Richtung. Schauen wir mal. Schauen wir mal, finden wir hier irgendwo eine... Was haben wir da? Ich kann nicht bleiben. Eine Sicherung vielleicht. Gucken wir mal da nicht, aber eventuell hier hinten drin. Schauen wir mal. Hier in der Kiste, was haben wir da? Aha. Ha, eine Sicherung. Ja. So, und die Sicherung muss dann hier vermutlich wieder rein, oder? Jawohl. Hau's jetzt hin. Na, komm. Nee. Ah, wo muss denn die... Ah, da muss die Sicherung rein. Oh, ja. Jetzt sind wir im Geschäft. Ja, das sollte klappen. Verdammter Scheiße. Hier sind sehr wohl noch... Hier sind sehr wohl noch Lautsprecher. So, jetzt bloß für Ruhe sorgen. Bevor wir hierher kommen. Ja. Genau deswegen nämlich. Oh, fuck. Okay, haben wir das? Jetzt verschwinden wir einfach von hier. Noch mehr, Nestra. Das Wichtigste schon erlebt. Ja, das machen wir später irgendwann. Kein Lachgas installiert. Oh mein Gott. Fuck. Ach, komm. Ach, komm. Und ich habe natürlich auch nicht gespeichert bei diesem dämlichen Kontrollpunkt. Das heißt... Oh, doch. Guck mal. Wenigstens das. Wenigstens das. Mal gut. Fünf Nester haben wir hier entgegenkommen. Das haben wir einfach hier unten lang. Und was haben wir da hinten schon wieder? Fliegerinfizierung, ne? Sind äußerst gefährlich. Okay, bitte. Was ist das? Na gut, komm. Hilfen wir ihm mal, ne? Das ist ein armes Schwein. Ich hoffe wirklich, das geschieht dir recht. Da kommt er. So. Noch jemand? Du noch. Sehr gut. Ihr Kumpel, alles cool? Ja, bitte schön. Sag Ihnen, es war Deacon. Sie kennen mich. Einfach immer weiterlaufen. Meide die Straßen. Genau. So, dann schauen wir mal. Abfackeln. St. John, hier ist Copeland. Ich habe es noch länger nicht gesehen. Er hat Sachen für mich besorgt. Ich weiß, du bist ein Kumpel. Hab ihn angefunkt, aber er antwortet nicht. Na, wenn du ihn siehst, sag ihm, er soll mal bei Coop vorbeischauen. Das wäre echt nett von dir. Komplett Ende. Jo, machen wir. Machen wir, wenn wir die Zeit haben. So, das eine Nest haben wir jetzt nochmal mitgenommen. Ja, die Zombies da sind ja egal. Oder Freaker, es sind ja keine Zombies. Ist ja ganz, ganz wichtig. So. Schauen wir mal. Fahren wir... Okay, fahren wir hier lang. So, dass wir auch irgendwann mal da ankommen. Wir hätten schon längst da sein können, aber nein. Ich musste ja zwischendurch immer wieder irgendeinen Klödsinn machen. Straßenräuber. Ihr seid ganz harte Jungs, was? Wie vielen Leuten habt ihr diese Woche schon aufgelauert, hm? Ja, ich glaube, allzu viele Leute gibt es hier nicht mehr. Ein Hirsch. Im Verkehr musst du dir aber keine Sorgen mehr machen. Relativ wenig. Aber dafür vermutlich um andere Dinge. Obwohl so ein Hirsch, der wird schon schneller sein als so ein Freaker. Lass man auch mal dazu sagen. So, guck mal, hm? Oh, verdammt. Das hört auch mal wieder in die Hose gehen. Ja, siehste? Die haben nämlich einen gekriegt. Also hat er jetzt halt andere Sorgen. Ja, die kennen. Wir wissen es, die kennen. Das machen wir auch noch. Das machen wir auch noch. Ich schätze, ich kann später zurück und beende meine Arbeit hier. Ja, richtig. Weil wir haben aktuell keinen Molotov mehr. Dementsprechend müssen wir später wiederkommen. So. Das ist einer von den beiden. Macht auf. Wo ist Taka? Elkai. Drüben. Bei der Grabung. Bei welcher, verdammt? Im Norden. Da hinten. Fasst jemand meine Maschine an. Das Gepäck. Brech ich dir die Finger. Ist ja gut, Mann. Alter. Finde Taka und Elkai. Äh. Da hinten. Okay. Laufen, 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 laufen. Uwe und verarzten wäre vermutlich auch nicht schlecht. So. Ich sag's doch. Wo du auch hinsiehst. Ein riesengroßes Lavafeld. Sieben Meter dickes Gestein. Man bräuchte... Presslufthämmer. Ach, halt mir doch keinen Vortrag, Gottverdammt. Ich hab's kapiert. Nein, hast du nicht. Aber... Diese Leute haben Hunger. Selbst wenn sie bei Kräften wehren, bräuchten sie Monate mit Hacke und Schaufel. Ist mir scheißegal. Wir haben alle Hunger, El. Aber wir müssen es schaffen, auch wenn es ein ganzes Jahr dauern sollte. Schließlich haben wir ja sonst keine Termine, oder? Warte. Eins noch. Dann fass dich kurz, okay? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ripper. Heute Morgen. Einer meiner Männer sah eine große Gruppe auf dem Pass. Und niemand hielt sie auf? Wie denn? Tucker, wir gehen schon auf dem Zahnfleisch. Komm in die Richtung Norden. El, sind Sie hierher? Unterwegs? Ja oder nein? Ich... Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß er's. Was zum Teufel soll das heißen, hm? Was soll das, hm? Verdammt, El. Es ist nicht seine Aufgabe, das zu wissen, sondern deine. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Soll ich hier deine Ausgrabung leiten, oder soll ich in die Außenwelt rüberjagen? Check im Lager, wie viel Munition wir haben. Ich übertrage Wheeler, die Ausgrabung. Was klotzt du so? Ich frage mich, ob du auch ein Hirn hast. Stopp! Hast du Leon gefunden? Wenigstens einer, der hier etwas gebacken kriegt. Ich nehm dich mit. Wann hast du zuletzt jemanden aufgespürt und hergebracht? Die Leute, die jetzt noch da draußen sind, sind nicht gerade die Art von Leuten, die du jetzt hier haben willst. Das Fieber hat noch zwei erwischt. Das ist nicht mein Problem. Du willst unser Essen? Dann ist es dein Problem. Wie gesagt, wir besorgen dir Sachen, aber wir ziehen nicht in dein blödes Camp. Wie war das noch? Ich bin ja vergesslich. Warum nicht? Weil es Zeitverschwendung ist, Tuck. Da spricht der Optimist. Wo ist Busa? Er sagte, er wollte zu Copelands Camp rüber und was gegen Fische eintauschen. Macht ihr jetzt gemeinsam Sache mit Copeland? Ist sein Camp näher? Es ist nicht näher oder weiter. Hey, ich bin nicht Busas Aufpasser. Er macht, was er will. Scheiße. Ihr lasst diesen Haufen Tag und Nacht brennen? Wir haben hier viele Freaker-Leichen dank Leuten wie dir, die ihre Arbeit machen. Also ja, wir lassen es brennen. Nehmt mehr Benzin. Brennt schneller, weniger Qualm. Weil wir ja so viel davon haben. Und wenn es verbraucht ist, was willst du dann in dein Bike füllen? Deinen Schweiß? Was zum Teufel ist hier los? Hier stimmt was nicht. Im Lager fehlen Essen und Munition. Scheiße. Wer hatte letzte Nacht Wache? Wheeler. Verdoppelt heute die Wachen. Allmählich hab ich die Schnauze voll. Alles klar. Ärger im Paradies? Wie gesagt, ein Camp ist wie ein Gefängnis. Eine Bande von Faulpelzen, Dieben, Vergewaltigern und Mördern. Und weißt du wieso? Keine Ahnung. Weil wir genau das sind, die Freakshow. Es haben nur die überlebt, die härter und brutaler als die Freaks sein können. Der Rest ist hier und hofft, dass ich sie füttere, beschütze und wärme. Sie sitzen auf ihrem Arsch und gucken dem Weltuntergang zu. Du, sofort zurück an die Arbeit. Zwing mich nicht, Cyrus zu holen. Faulpelzen. In ihrer freien Zeit können sie machen, was sie wollen. Aber der Tag gehört mir. Das Camp zu leiten ist wie ein Gefängnis zu leiten. Ich weiß nicht mehr, was du erzählt hast. Du warst, du warst, warst du Aufseherin oder so? So wichtig war ich nicht. Ich war Oberin im Frauenflügel. Du siehst auch wie jemand aus, der schon mal gesessen haben könnte. Damals. Warst du mal im Knast? Ich hatte zwar ständig Ärger, bin aber nie dort gelandet. Ich hab'n Job für dich. Larsen war gestern auf Tour. Er kam durch Marion Fawkes und sagt, da war jemand. Eine junge Frau vermutlich. Aber er sah sie nur kurz. Als er angehalten hat, war sie verschwunden. Ist er sicher? Larsen hat genauso viel Erfahrung wie du. Er weiß, womit er es zu tun hat. Aber du hast ein Talent für sowas. Fahr hin und finde sie, bevor die Freaks es tun. Mal sehen, was ich tun kann. Aber hör mal, tack, ich will meine Punkte. Verlieren. Bring mir mehr Leute, dann kriegst du mehr Punkte, als du ausgeben kannst. Jawohl. Die Punkte, die nehmen wir da natürlich mit, aber... Ich will Spiller suchen. Er wird die Nacht in der Hütte verbringen. Jaja, dann such ihn mal. Dann such ihn mal. Aber das werden wir alles erst morgen in Angriff nehmen. Wir sind für heute erstmal wieder durch. Ich bedanke mich, wie immer, fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.